Hallo zusammen, hier ist wieder euer Thelah und Tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute hier so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es wieder um ein paar Kisten aus der Garnision und zwar wollen wir uns die großen Kopfgeldbelohnungen anschauen. Die bekommt man über die Raid Quest hier in Warlords of Draenor und dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Denn aktuell brauche ich noch 11 Items raus, bin bei 87% und ich brauche hauptsächlich noch quasi die Handgelenke, Rücken, Gürtel und Schuhe. Und hier ist es so, da gibt es immer verschiedene Arten und ich brauche die Formidablen Items. Da gibt es auch noch ein paar andere Versionen und ja, ich hoffe wir kriegen das Richtige raus. Die erste Kiste habe ich hier mit dem Druid schon direkt im Inventar und ich würde sagen, wir schauen mal, ob da was rumkommt bei. Und naja, ich habe schon wieder was Grandioses drin, einen Ring. Gut, den würde ich auch in Formidablen nicht brauchen, aber ja, die grandiosen Sachen droppen anscheinend deutlich besser, als die, die ich brauche. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir auf den nächsten Schar weiter. So, mit dem nächsten Schar haben wir gleich zwei. Hier haben wir ebenfalls wieder einen Lederträger und dann schauen wir mal, was wir schickes drin haben. Einen Gürtel, auch wieder grandios und hier haben wir eine Waffe, ebenfalls grandios, schade. Mal wieder alles weghauen. Man kriegt dann natürlich vom Boss auch immer einen Haufen Loot, also ein bisschen Gold kommt dann zumindest rum, aber sonderlich lohnenswert ist das natürlich leider nicht, ne. So, direkt der nächste Lederträger. Jetzt holen wir uns schon mal die Küste. Und haben wieder eine grandiose Waffe drin. Was haben wir da? Grandiose Hive Rive. Perfekt. Wieder komplett ins Klo gegriffen. Na, naja. Na, ja, na, ja, na, ja. Als nächstes haben wir einen Schamanen. Und mit dem haben wir jetzt auch nochmal eine Kiste. Jetzt gucken wir mal. Schon wieder eine grandiose Waffe, das gibt es doch gar nicht. So, die nächste Kiste habe ich jetzt hier auf meinem Druid. Diesmal nicht von der Quest aus Heimol vom Endboss, sondern ich war in Blackrock Foundry beim Endboss. Und habe mir da die Kiste geholt. Ich habe nämlich auf WoW Head gelesen, dass anscheinend in WOD die Items so gedroppt sind, dass das höhere Item Level und das ist anscheinend das Formidabele aus Blackrock Foundry war. Mal gucken. Also ich habe jetzt aus den Heimol-Kisten ja auch die anderen Dinger gekriegt. Keine Ahnung, ob das jetzt nur irgendeinen Einfluss hat. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Ne, da habe ich jetzt auch einen grandiosen Umhang rausgekriegt. Also ich glaube, es ist einfach random. Vielleicht ist die Chance ein bisschen höher. Keine Ahnung. Aber das werden wir jetzt gucken. Ich habe mit ein paar anderen Chars auch noch da das ein oder andere gemacht. Jetzt schauen wir einfach, ob wir vielleicht in den nächsten Kisten ein paar mehr formidable Sachen rausbekommen. So, nächster Char. Was haben wir da drin? Ne, da ist auch grandiosiger Maschen. Das bringt mir leider auch nichts. Dann haben wir als nächstes noch einen Evoker. Mal gucken. Da haben wir einen Kopf, aber auch grandios. Den habe ich ebenfalls schon. Schuh, dann haben wir jetzt noch einen Hexenmeister. Oh, ein Gürtel. Äh, auch grandios. Ripp an der Stelle. Als nächstes haben wir noch einen Hexenmeister. Jetzt gucken wir mal. Holen wir erstmal den Sack ab. So, jetzt drücken wir mal die Daumen. Äh, was haben wir denn da? Ein Schmuckstück. Das brauche ich leider nicht. Dann haben wir hier einen Hunter. Und was haben wir da? Schick ist drin. Einen Ring. Hm. Hm, schwierig. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Magier. Der hat noch eine Stufe 1 Garnisium, wie ihr seht. Aber da können wir auch die Kiste zumindest abgeben. Oder den Sack hier zumindest. So, und was haben wir drin? Uh, Handgelenke, aber grandiose. Schade. Dann geht es weiter mit einem Priester. Jetzt gucken wir mal. Uh, was haben wir da? Hm, einen Ring. Den brauche ich leider auch nicht. Als nächstes haben wir noch einen Krieger. Uff, Schuhe. Ah, schade. Das sind aber grandiose Träte, ne? Uff, was haben wir hier noch? Einen Trostpreis vom Stylecheck. Aber der bringt mir auch nichts, weil ich schon 200 am Cap bin. Hm, naja gut. Schauen wir weiter. So, dann haben wir hier einen Evoker. Der hat Schultern drin. Die brille nötige ich auch nicht. Gut, dann haben wir jetzt nochmal einen Magier. Jetzt drückt mir die Daumen. Hm, wie denn Trink. Geht belastend und auch wieder grandios. Hm. Dann haben wir einen Priester. Jetzt schauen wir mal. Uh, ah ne, grandios brauche ich auch nicht. Dann haben wir noch einen Hunter. Und was hat der Schönes drin? Auch wieder ein grandioses Item. Hier eine Kapuze. Das benötige ich auch nicht. Als nächstes haben wir einen Krieger. Jetzt gucken wir mal, was da schickes drin ist. Schon wieder grandioses Item. Also meine Theorie ist jetzt mittlerweile komplett hinfällig. Also das klappt immer gar nicht. Dann gucken wir mal, was beim Druid noch am Start ist. Oh, ein Hals. Da habe ich vom letzten Mal auch noch Sachen rumliegen, sehe ich gerade. Dann haben wir noch einen Schurken. Was hat der schickes dabei? Eine Waffe. Das brauche ich auch nicht. So, als nächstes haben wir dann noch einen Evoker. Schauen wir mal rein. Formidable Stulpen. Zumindest mal was Formidables, aber Stulpen habe ich schon fertig. Dann haben wir einen Paladin. Grandiose Armschienen. Das habe ich auch schon fertig. Dann haben wir noch einen Krieger. Achso, dann müssen wir die Quest nur abgeben. So. Und? Grandiose Armschienen. Hm, wieder nichts. Als nächstes haben wir dann noch einen Demon Hunter. Jetzt schauen wir mal. Uh, ein Gürtel. Aber auch wieder grandioser Schade. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Priester. Jetzt schauen wir doch mal. Und was haben wir schickes drin? Ein Gürtel. Äh, grandioser Gürtel. Schade. Dann haben wir noch einen Hunter hier am Start. Komm, jetzt muss ich mal ein Item kriegen. Und? Uh, ne, grandioser Gürtel. Schade. Ich habe nur den Gürtel gesehen und dachte mir, das könnte was sein. Aber nee, leider nicht. Als nächstes haben wir einen Schurken. Jetzt schauen wir mal. Uh, grandiose Stulpen. Die brauche ich nicht. Und dann haben wir noch den letzten Schar. Und zwar hier den Monk. Jetzt schauen wir mal rein. Grandiose Stulpen. Okay, da haben wir sie auch noch mal. Und ja, damit sind wir tatsächlich einmal tut die Kompletti durch. So wie ich das jetzt gesehen habe, haben wir leider nichts drin gehabt. Also war mal wieder eine komplette Nullnummer. Aber vielleicht drückt ihr mir die Daumen und wir haben dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Glück. Und das ein oder andere Item mit dabei. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Habt mich vor, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.